Hallo, Sie haben Ihren Schirm vergessen. Oh, danke. Hier braucht man immer einen Schirm. Bei uns regnet es selten. Woher sind Sie? Aus Griechenland, von Kreta. Oh, schön. Auf Kreta war ich schon ein paar Mal mit meiner Familie. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Rita Müller. Sehr erfreut, Christus Lepido. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern eine Hin- und Rückfahrkarte nach Berlin. Wollen Sie mit einem bestimmten Zug fahren? Nein. Aber ich möchte morgen früh losfahren. Wann möchten Sie zurückfahren? Das weiß ich noch nicht. Das macht dann 97 Euro. Zahlen Sie mit Karte oder Bar? Bar. Danke schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wo kann man hier preiswert übernachten? Es gibt die Möglichkeit, das Frühstück auf das Zimmer zu bestellen. Haben Sie Halbpension oder Vollpension gebucht? Wo finde ich hier die Touristeninformation? Gibt es noch freie Zimmer? Ab wann steht das Zimmer zur Verfügung? Haben Sie ein Doppelzimmer mit Mehrblick? Wie viel kostet ein Doppelzimmer? Das Doppelzimmer kostet 135 Euro pro Nacht. Ist das Frühstück im Preis inbegriffen? Können Sie uns das Frühstück aufs Zimmer bringen? Kein Problem. Kein Problem. Hat das Hotel ein Restaurant? Das Frühstück wird von 7 bis 10 Uhr serviert. Das Zimmer hat eine Dusche, eine Minibar und einen Fernseher. Wenn Sie Wünsche haben, rufen Sie die Rezeption an. Darf man im Zimmer rauchen? Rauchen im Zimmer ist verboten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Enthalt. Ich bin hier zu Hause. Ich bin schon drei Monate hier. Wie gefällt dir München? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Entschuldige, aber ich habe dich nicht verstanden. Wie bitte? Bitte sprich langsamer. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. Vielen Dank. Es war nett, Sie kennenzulernen. Hallo, ich heiße Antonia. Und du? Ich heiße Marek. Ich bin Student. Woher kommst du? Ich bin aus Polen. Und du? Ich bin Deutsche. Wie lange bist du schon hier? Zwei Monate. Wo wohnst du? Im Wohnheim. Mach's gut. Tschüss. Der Schirm steht dort. Ist das kalt? Die Sonne scheint manchmal. Es regnet hier immer. Wo kann man etwas trinken gehen? Ich habe großen Durst. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Das ist eine tolle Idee. Kaffee. Das machen wir. Hier um die Ecke ist ein Kaffee. Ist das heiß heute? Ich dachte, in Deutschland scheint nie die Sonne. Wir haben manchmal auch schönes Wetter. Wo kann man hier etwas trinken gehen? Ich habe großen Durst. Hier um die Ecke ist ein Kaffee mit einem guten Angebot. Hast du Lust? Das ist eine tolle Idee. Und heute Abend können wir ins Kino oder in eine Kneipe gehen. Das klingt gut. Das machen wir. Seit morgen pünktlich auf dem Flughafen. Zahlen Sie mit Karte oder Bar. Wo ist die nächste Tankstelle? Die nächste Raststätte kommt in circa 5 Kilometern. Wie komme ich nach München? Sie müssen den Bus Nummer 5 nehmen. Wo ist die Haltestelle der Straßenbahn Nummer 2? Ihr Flug geht von Garte 7 ab. Alle Reisenden für den Flug 3592 nach Hamburg. Bitte zu Garte 9 kommen. Ich bin hier zu Hause. Ich bin schon drei Monate hier. Wie gefällt dir München? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Entschuldige, aber ich habe dich nicht verstanden. Wie bitte? Bitte sprich langsamer. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. Vielen Dank. Es war nett, Sie kennenzulernen. Hallo, ich heiße Antonia. Und du? Ich heiße Marek. Ich bin Student. Woher kommst du? Ich bin aus Polen. Und du? Ich bin Deutsche. Wie lange bist du schon hier? Zwei Monate. Wo wohnst du? Im Wohnheim. Mach's gut. Tschüss. Der Schirm steht dort. Ist das kalt? Die Sonne scheint manchmal. Es regnet hier immer. Wo kann man etwas trinken gehen? Ich habe großen Durst. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Das ist eine tolle Idee. Das machen wir. Hier um die Ecke ist ein Kaffee. Ist das heiß heute? Ich dachte, in Deutschland scheint nie die Sonne. Wir haben manchmal auch schönes Wetter. Wo kann man hier etwas trinken gehen? Ich habe großen Durst. Hier um die Ecke ist ein Kaffee mit einem guten Angebot. Hast du Lust? Das ist eine tolle Idee. Und heute Abend können wir ins Kino oder in eine Kneipe gehen. Das klingt gut. Das machen wir. Seit morgen pünktlich auf dem Flughafen. Zahlen Sie mit Karte oder Bar. Wo ist die nächste Tankstelle? Die nächste Raststätte kommt in circa 5 Kilometern. Wie komme ich nach München? Sie müssen den Bus Nummer 5 nehmen. Wo ist die Haltestelle der Straßenbahn Nummer 2? Ihr Flug geht von Garte 7 ab. Alle Reisenden für den Flug 3592 nach Hamburg. Bitte zu Garte 9 kommen. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lass dein Like da.